Hallo und Herzlich Willkommen hier im Wiffraum und auch im Clubhouse-Lofen-Projekt nach dem Spielen. Es ist ein Spiel direkt und wir haben die SD-Genestand begabtlich 0 zu 2. Ich habe die SD-Genestand begabt, dass ich mich heute in der SD-Genestand begleiten kann. Es ist ein Spiel direkt und ich habe die SD-Genestand in der SD-Genestand in der SD-Genestand in der SD-Genestand. Ich muss sagen, dass meine Mannschaft nicht so entspielen kommt in den besten Wochen. Ich muss gleich auch sagen, das hat sich auch nicht der beste Offenheit gesehen. Ich würde mich nicht auf den Platz schieben. Aber wir sind einfach auch in unserer Kürzballspiele gekommen. Zum einen hat ich ihn auch sehr stark. Wir haben dann in der ersten Halbzeit versucht, gut zu stehen, stabil zu stehen. Das ist uns nicht berufen. Wir haben keine gute Organisation gehabt, die wir jetzt bei der Möglichkeit das Spielwerk zugelassen. Wir haben den Spielwerk, der in Wohne-Wettbewerb in 2012, in der Gebührung hinverliegt. Der Dennis Müller, unser Vorrat, hat uns richtig, richtig gut in die Spiele gereift. Er hat da richtig viele Verhandlungen gezeigt und hat heute wirklich einen Landtag gehabt. Trotzdem muss ich sagen, dass wir in der 45. Schienen Lüge eine Lüge geschossen haben, und der hat in der Situation gescheitert ist und kurz nach der Halbzeit auch als drei Meter, wo man vorbeigeschossen hat, und der drei Meter in der Karriotztag, hätten wir hier einzeln führen können. Der hat unverdient gewesen, aber wir haben da nicht nach. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr stabil sein. Wir haben nicht mehr so viel zugegeben. Wir haben auch einen Glanzparall und Dennis Müller noch. Ansonsten war er nicht stabil gestanden und haben immer wieder unsere Spiele gesetzt. Wir haben dann auch das 1 zu 0 gemacht. Da war das natürlich gut. Aber wir waren einfach stabil. Wir haben in der zweiten Halbzeit noch einmal nachgedreht. Sogar sie kann sagen, dass ich bin zwar im Verspiel der Riesenleitung nicht ganz zufrieden. Die Mannschaft hat alles gegeben. Und wir haben im Programm auch vor allem die 32 sehr sehr schwer gespielt, sehr schnell, sehr stabil. Und dann haben wir auch in der zweiten Halbzeit auch in der zweiten Halbzeit gewonnen. Dankeschön. Vielen Dank. Ich bin mir echt ganz kurz verzeiht. Ich bin mir bekannt, dass ich das meistens recht finde, wenn man so hoch hat und die Schöne aufreht, die in der Mannschaft in der ersten Halbzeit wurden in der ersten Halbzeit schwimmen. Es gibt Sicherheit zu erloben. Ich meine, mit dieser Zahl von Chancen ist natürlich die Qualität. Aber Chancen werden auszuspielen. Ja, meine Qualität ist natürlich auch, die Chancen irgendwann zu erwähnen. Und da wollen wir überhaupt keine Bedürfnisse in der Halbzeit meiner Meinung nach mit Vorurteilung führen. Und dann können wir aus dem Standart in der zweiten Halbzeit 1 zu 0. Und dann wäre es hier noch bis 0 zu 2. Das war ohne den Stuhl-Bahn-Haus entspricht. Ich kann sagen, da war eine clemere abgezogte Leistung einer Spitzenmannschaft gegen eine Mannschaft im Abschlussstand steht im Moment. Aber der Mannschaft hat gesagt, wenn man so weit macht, auch darum wird man irgendwas belohnen. Das haben wir heute nichts. Ich denke, der ist ein Anteil, das ist die ganze Zeit so bestimmt gemacht. Aber wir belohnen uns einfach nicht. Es weiß nicht, an was das liegt. Wir kriegen wir einfach die Schüsse raus. Sie liegen natürlich diesmal mitgenommen, dass man wieder einsteigen und die sieben Punkte, dass wir einsteigen haben. Das ist alles sehr schnell zu vertrachten. Aber ich sagte ja gleich nach dem Stuhl-Bahnkreis. Und da hat man schon gesagt, wenn wir in der Abenwalde rein haben, dann in unseren Regionen, in Törnern, weil wir haben Qualität, und irgendwann haben gesagt, wir haben es geschafft, die Familie in den Klinik zu bringen. Und ja, das ist einfach sehr, sehr gnadisch für die Schüttel-Leute, jetzt speziell in den Einstiegler. Die Schüttel ist einer normalen X-Werksleitzeuge, wenn er in der Leiten angstellt. Das ist der Zweiteil, weil es an X gearbeitet, die man arbeiten muss, aber die Schüttel hat ja immer die andere, aber das hat alles zu unterbinden. Aber der andere war ein Dillenz, der Haare im Klinik zu verändern. Und normalerweise haben wir nicht in den Überschgericht oder in den Überschgericht, aber es war wirklich in der Wendstieg der Klinik. Bei den Auswirkungen, das muss man ja auch anschauen, noch weniger lernen, im Ruf eines Spitzenmannsers in der Oberlinie zu werden. Also ich denke mir, dass wir nicht gesagt haben, dass wir in der Spitzenmannschaft sind. Das habe ich ja in meiner Umfrage gelesen, dass die Kaiserspiele jetzt für jetzt hier heute und wir alles wegführen und der Spitzenmannschaft sind nicht sicher. Da haben wir ein Spiel aus der Region entwickelt, ein bisschen aus der Verbandskriege. Wir haben von einem anderen Spiel in der Welt und wir haben gar nicht den Angst druck, dass wir jetzt absteigen müssen. Und da geht es sich dann auch wieder, dass wir den Kaiserspiele abziehen. Es ist einfach so, dass wir versuchen in der Spitze zu gewinnen, dass wir in dem Partieren, dass wir eine sehr gute Gemeinschaft sind. Und dann schauen wir, was rauskommt. Aber ich denke nicht, dass wir jetzt mit Mönchengen oder auch mit den Investitionen, die Investitionen, die Investitionen, die man da auch nicht in der Behälter machen kann, aber wo das tun wir jetzt? Wir gehen mal ins Video, man hat ja auch noch ein bisschen Geld vom Studi zu gewinnen. Das hat man recht gesehen und Gesetze ist uns das sehr gut geblieben. Aber das können wir nicht. Das hat man in der Reihe nach Zivilgeschehen gesehen, dass wir schon die Spitzenmannschaft sind. Das ist in der Neuländer. Ich bin gespannt, was hat Ihnen jetzt hier gesagt? Ich bin gespannt, was hat Ihnen gesagt. Was kann man denn tun? Die Mannschaft sind dabei gesehen? Ja, das war schon alles, das war nur ein Urlaub, das war schon mal so, wenn wir den guten Trends vorigen gehen und nächste Woche versuchen, wieder rund um die Leistung zu fliegen, mit dem Unterschied, dass man vielleicht auch mal der Ball hier geliebt wird und dann auch nächste Woche schon mal wieder Runde zu holen, das ist das, was man tun kann. Okay, das war die Landadversivität ihrer Landwirtschaft, die wir in Kalbischöden, jeder, vielen Dank, ihr seid im Kopf, wenn ein schönes Sonntag noch ein Tschüss der Partik war, hier nach der Schwedin wiederum erledigt. Vielen Dank, Herr Präsident, danke schön. Vielen Dank.